Sie sind schon weit fortgeschritten mit Ihrer Arbeit? Vielleicht sogar schon mit einer ersten Fassung fertig? Gut gemacht, Sie können jetzt wirklich schon stolz auf sich sein, damit ist einiges erledigt. Doch nun kommt ein weiterer wichtiger Schritt, die Überarbeitung. Wie kann man dabei vorgehen? Nun, da gibt es viele verschiedene Herangehensweisen. Vielleicht haben Sie auch schon eigene Routinen gefunden, die für Sie passen. Sie müssen auch nicht alles auf einmal überarbeiten. Jeder schreibt und arbeitet anders. Manche überarbeiten ihren Text immer wieder zwischendurch, andere überarbeiten lieber große Textteile auf einmal. Das Wichtigste, was ich Ihnen in Punkt Überarbeitung mitgeben möchte, ist, überarbeiten Sie den Inhalt Ihres Textes vor dessen Struktur, vor der Sprache, vor dem Formal. So vermeiden Sie, dass Sie viel Arbeit in den sprachlichen Feinschliffs eines Absatz stecken, den Sie dann vielleicht doch noch streichen müssen, weil er vom Inhalt her nicht in Ihre Arbeit passt. Bei der Überarbeitung auf inhaltlicher Ebene achten Sie vor allem auf Kohärenz, also den inhaltlichen Zusammenhang. Sie überprüfen, ob alle Teile in der Arbeit auch wirklich logisch zusammenhängen und auch der Beantwortung Ihrer Forschungsfrage dienen. Eine gute Übung ist hier, sich das Inhaltsverzeichnis oder die Struktur oder irgendeine Gliederung Ihrer Arbeit vorzunehmen und zu jedem inhaltlichen Aspekt, den es da drinnen gibt, folgende Fragen zu beantworten. Warum ist gerade dieser Aspekt wichtig? Welchen Beitrag leistet er zur Beantwortung der Forschungsfrage? Und kann ich den Aspekt vielleicht weglassen? Versuchen Sie, so wirklich selbst für sich zu begründen, warum genau dieser Aspekt in Ihrer Arbeit angesprochen werden sollte und warum er für die Beantwortung der Frage relevant ist. Sie können beispielsweise auch Ihre Lesenden immer wieder nach dem Ende eines Kapitels darauf hinweisen, warum genau dieses Kapitel jetzt wichtig war für die Beantwortung der Frage. Und Sie können die Grundzüge Ihrer Argumentation hier noch einmal zusammenfassen. Machen Sie Ihre Argumentation wirklich explizit. So stellen Sie auch den roten Faden her, der Ihre Arbeit zusammenhält. Die Überarbeitung auf inhaltlicher Ebene ist sehr eng mit der Überarbeitung auf struktureller Ebene verknüpft, weshalb Sie diese beiden Ebenen oft gar nicht voneinander trennen können bzw. Sie vielleicht sogar gleichzeitig bearbeiten müssen. Wenn Sie bei der inhaltlichen Überarbeitung beispielsweise darauf kommen, dass das Thema A wichtig ist für dieses Verständnis von Thema B, dann sollte Thema A auch strukturell vor Thema B angesprochen werden. Bei der Überarbeitung auf struktureller Ebene schauen Sie sich außerdem noch an, ob die Reihenfolge der Kapitel klar ist und ob Sie vielleicht zwischen Kapiteln noch Übergangssätze oder Übergangstexte einbauen sollten. Falls Sie sich bis jetzt noch kein Feedback auf Ihren Text geholt haben, dann tun Sie das. Menschen, die Ihren Text noch nicht so gut kennen wie Sie, fallen vielleicht Denkfehler in der Argumentation oder auch Ungereimtheiten in der Struktur einfacher auf. Wenn Sie sich wirklich absolut sicher sind, dass inhaltlich und strukturell alles in Ordnung ist, dann können Sie sich über die Sprache Gedanken machen. Zur sprachlichen Überarbeitung hier ein paar Tipps. Vermeiden Sie Sätze, die länger als drei Zeilen sind. Teilen Sie diese auf mehrere Sätze auf. Vermeiden Sie auch zu verschachtelte Sätze. Achten Sie auf Füllwörter wie aber, schon, jedoch und versuchen Sie diese zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie Fachbegriffe auch definieren und einheitlich verwenden. Noch ein kleiner Tipp für Wortwiederholungen. Es gibt eine gute und eine schlechte Art von Wortwiederholungen. Jeden Satz mit des Weiteren, des Weiteren, des Weiteren zu beginnen, das gehört zur schlechten Art der Wortwiederholung. Hier sollten Sie durch Synonyme möglicherweise etwas Abwechslung in den Text hineinbringen. Die gute Art von Wortwiederholung ist die Verwendung von Fachbegriffen, von Terminologie. Hier ist Wiederholung richtig und auch sehr wichtig. Denn wenn Sie hier mit Synonymen arbeiten, dann sind Ihre Leserinnen vielleicht etwas verwirrt, weil Sie nicht mehr wissen, ob Sie immer noch dasselbe meinen oder vielleicht etwas anderes. Einmal eingeführte Fachbegriffe sollten Sie deswegen nicht mehr wechseln. Am besten definieren Sie bereits in der Einleitung die wichtigsten Begriffe und halten Sie durch den ganzen Text bei. Falls Sie Tabellen oder Grafiken in Ihrem Fließtext verwenden, so achten Sie darauf, dass diese auch in den Fließtext eingebettet sind. Leiten Sie zur Tabelle zur Grafik hin, erklären Sie kurz den Kontext oder kommentieren Sie die Tabelle und leiten Sie auch wieder zurück. Sofern Sie keine eigene Darstellung verwenden, so vergessen Sie auch nicht, die Quelle der Abbildung entweder im Appendix oder gleich bei der Abbildung selbst zu nennen. Auch Grafiken müssen zitiert werden. Wenn Sie längere direkte Zitate verwenden, dann sollten Sie auch diese nicht unkommentiert im Text stehen lassen. Führen Sie Ihre Leser, Leserinnen zum Zitat hin und führen Sie sie auch wieder weg. Kommentieren Sie sie kurz und erklären Sie, warum gerade dieses Zitat für die Beantwortung Ihrer Forschungsfrage relevant ist. Und das Wichtigste zum Schluss. Gerade in der Phase der sprachlichen Überarbeitung kann es sein, dass Sie in einen Perfektionismus verfallen, weil Sie auf der Suche nach der perfekten Formulierung sind. Die vermeintlich schlechte, aber in Wirklichkeit sehr gute Nachricht ist, es gibt diese perfekte Formulierung nicht. Deshalb verirren Sie sich nicht auf der Suche nach ihr. Und das war's. Untertitelung des ZDF, 2020